Ja, wir hatten gewöhnen Tiefen, am Anfang lief es, da hatten wir kurz, lief es dann nicht, haben uns dann wieder richtig viel gefangen und am Ende haben wir echt viele Punkte eingefangen. Der Höhepunkt? Ja, der Höhepunkt natürlich für mein Landtagspiel für Kroatien in der U20-21 und der Aufsteck in der Zweite Liga mit Wiesbaden. Ach, ich bin ja 32 Jahre alt. Viele Höhepunkte wird es ja nicht mehr geben. Ich wünsche mir darüber, dass ich gewinnen werde. Das ist ja erfolgreich, am besten in der WM. Mal schauen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020